Wir haben es mit einem Täuscher zu tun, der seine Opfer in ausgeklügelte Fallen lockt. Dann entfernt er ihnen die Augäpfel und legt Rosenblüten in die leeren Höhe. Kramer, Sie haben eine Minute. Ich kann Ihnen die Rosenbestie liefern. Ich bin es. Was wollen Sie jetzt eigentlich von mir? Mich mit Ihnen treffen. Ort und Zeitpunkt klären wir noch. Sie kommen selbstverständlich allein. Ich habe eine Waffe auf Sie gerichtet. Nur das ist jetzt nichts Unüberlebtes tun. Ich habe mich doch schon längst ergeben.